Es war ein sehr verbissener Kampf zwischen der ZSZ Lines und dem HZD Sandro Eschlimann. Gratulieren für eine starke Serie, für eine starke Leistung, aber mit dem können sich im Moment wahrscheinlich auch nicht viele kaufen. Wie sind die Gefühle und Emotionen im Moment? Ja, scheisse. Ich kann momentan nichts sagen. Wir waren immer dran. Schlussverlierst du, du spielst mit dem Unterschied. Und ja, das war der Unterschied jetzt. Sie haben schon ein paar Playoff-Matches gemacht bis jetzt in Ihrer Karriere. Wenn Sie jetzt die Serie gegen den ZSZ so kurz nach dem Spiel vielleicht die ein, zwei Sätze charakterisieren müssten, was kommt in Ihren Sinn? Sie sind in den schönen Momenten besser gewesen als wir. Und ja, sie sind dann reingekommen und ja, später jetzt. Gibt es etwas, was Sie damit hadern, wenn Sie auf die Match zurück schauen? Gibt es eine logische Logik? Ja, sicher eine Overtime für die Niederlage letztes Mal, heute. Wir sind lange dran. Es ist einfach so, dass das nötige Glück gefehlt. Der Biss von allen ist da gewesen. Wir haben gekämpft, wir haben alles gemacht. Aber ja, Rube hat es unglaublich gewesen und er hat sein Leben sehr schwer gemacht. Danke vielmals. Bitte.